Hinter Bernoldi und Jean Quera, Thomas Schengel fährt ja für das McLaren Mercedes Junior Team, die brauchen endlich mal ein Erfolgserlebnis. Als Meisterteam des Vorjahres bisher, noch ohne greifbares Ergebnis. So kann es ausgehen, da hat Basleiners einen Fehler gemacht, vor Minasin er sich gedreht und Enrico Bernoldis Rennen endet wie in Barcelona auch am Nürburgring. Vorzeitig hinter Radaufhängen allerdings kollabiert in diesem Fall kein Fehler des Fahrers. Technischer Defekt.